ich habe mich an der Grund und das immer wieder mal zu einer neuen Runde wir reden uns gerade auf dass wir mehr Punkte oder weniger Punkte haben als sonst und diesmal neue Map Invasion glaube ich war es gewesen Prozent der Teufel wie es sollte ich nicht nur in Ordnung ich bin grün die Map ist sehr interessant aussehend mit Schiffen und 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 Prozent halt Invasionen in Form von dass eine Burg glaube ich wohl oder belagert wird und ich gebe hier gibt es einen Feuerschweinen Vulkan was auch sehr interessant ist würde man hier würde jeder gerne im Zimmer haben nicht wirklich ja doch kannst dein eigenes Land erschaffen auf dem Schreibtisch dann spielst dann spielst du die Herrschaft die Weltmacht ja das war meiner welcher Seite stehst du eigentlich yes aber immerhin zwei Kills ein Headshot und ich bin mit 21 Punkten auf dem zweiten Platz aber ja wo kriegen die anderen schon mehr Punkte ey ich bin so richtig zum Kotzen Sniper Freaks kriegen immer mehr die machen ja die meiste Arbeit nicht wirklich weil sie es hier mit der Sniper so einfach ist das auch wieder nicht in der Furie jetzt kommt es wird wohl schwöre es euch hm hat der Glück ja ist klar ne genau in dem Moment musste ich nachladen wie bescheuert das ist eh so ein Huhnensohn alter klaut der mir erst mal meine äh äh ey der hat einen Treff abgekriegt ja ich bin fast tot und der klaut mir erst mal meine äh äh heal box das ist ja ein Arschloch alter Kameradenschwein gut genau immer der gleiche wie vorhin äh ja na vorhin sah's aber anders aus Was ist ein Tor, das ist du beleidigst. ist klar paketen um die ecke schließen super idee geht ja auch gerade ja ist klar da können wir doch keine headshot geben wenn du unten an dem bein offen ist ich sag mal ist das bescheuert die haben das ganze spiel verpackt mit den ganzen scheiß updates ich schieße irgendwie immer daneben warum machen vielleicht triffst du ja aber dank dem scheiß updates ist das wieder so buglike der hatten panzer um sich geschossen aber ich kann nicht genau sehen nur auf wir sind auch das so schließlich daneben treffig schließlich da richtig hin triff ich nicht das richtig verpackt die kacke jetzt sie sollten das außerdem alt wie wir eben als wir wie früher machen war viel besser nicht alles aber die maps dürfen sie lassen naja also die leser werden nicht schlecht wenn sie wenn man würde anwesenden können wo man hin zielt damit aber das ist die gegner eben nicht sehen das wäre aufwärter interessant an dem punkt nicht dass die gegner sehen das ist ja schon naja so passiert es eben manchmal auch entweder ganz leser oder überhaupt nicht laser aber so halb äh von wegen äh die gegner können sehen du aber nicht ist nicht nee ähm das nur du siehst aber halt als zielhilfe besser ja aber die gegner sehen es ja nur du selber nicht das ist beschissen entweder ganz leser oder gar nicht ja ich habe jetzt den kack da eingelissen von dem dieses viech ey einer war auch noch hinter mir ey den kriege ich noch okay in der in der der die nicht die die No guts, no joy. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mein Gott, ey, diese Deppen. Vielen Dank. Vielen Dank. Death from above. Okay. 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 Hmm. Hmm. Mein Gott. Okay. Dem, Micha. Yeah. 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 Okay. 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 Okay.